so und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück mal gucken wo sind wir denn muss ich jetzt dahin oder dahin da muss ich okay und da hinten ist nichts wir können aber zudem gucken der unten am boden sitzt meistens können wir uns da ja was angucken hier ist aber glaube ich nichts weiter also es kann natürlich trotzdem sein wenn man kennt das ja bei diesen spielen gibt es unheimlich viel zu entdecken aus der rechts welche filme raken version ok ok und was für energiequelle wird da genutzt das interessiert mich denn jetzt also welche energiequelle nutzt man na ja mein hallo was gibt hier wirklich viele farben mhm ok identifikation bestätigt die bestellung nummer 847 das macht 63,99 bitte die zahlung bestätigen zahlung bestätigt verkauf abgeschlossen mhm ok ok nimm den bus nach hause ok 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 schon ganz cool bleiben wir am besten so ein bisschen weiter weg von dieser Gruppe so wo ist der Bus? wo muss ich hin? ach da hinten ach genau zu dieser Gruppe na toll ist ja cool mit dem Taxi direkt seitlich raus ihr seid doch selber dran schuld kann ich da rein? ne naja das ist wie früher mit den weißen und den farbigen in Amerika ne? die hatten auch ein extra Sitzplatz also eine extra Position auch eine extra Toilette wo sie nur hin durften sie durften nicht die von den anderen mit benutzen so ist das hier mit den Androiden auch aber er ist anders ne? er guckt schon offen rum und entdeckt während die anderen hier einfach nur strikt ihren Anweisungen folgen und da ja wie Maschinen halt entsprechend einfach da stehen auf ihre nächste Aufgabe warten ok da gab es noch mehr also Markus hat den Bus genommen ist dann irgendwie das ja aber was ist denn ok haben wir irgendwas noch nicht gesehen ach hier hätten wir wahrscheinlich uns entscheiden können das Paket nicht zu bezahlen oder sowas hm 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 ok ja ist interessant ne? was was hat das jetzt gebracht? da sind wir jetzt wieder bei der Anderen diesem komischen Typen hm 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 Ja ich bin ja schon da, super. Wenn sich selbst so ein abgefuckter Typen Androiden leisten kann, müssen die echt günstig sein. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gewärm? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice, kümmere dich um sie. Hausaufgaben, baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Hm. Das arme Mädchen. Viel zu tun. Ich hoffe, er hat einen Geschirrspüler. Ah ja, zum Glück. Ja. Ah, super. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Ja, ja. Den kann ich besorgen. Ja, ja. Da bringe ich dir morgen. Hm. Ja. Du musst den Kontrollern so hin und her. Achso. Wischen. Ja, sehr geil. Ich darf jetzt wirklich Geschirrspülen. Yay! Welch ein Traum. Der Raum. Hm. Das soll wieder wischen. Okay. Okay. Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier. Sofort. Oh, Mann. Hm. Lieber schnell weitermachen. Genau so, aufräumen. Okay. Viel zu sammeln. Nicht wirklich viel zu sammeln. Alter. Was für ein Schwein. Müll ist erledigt, sauber. Das müssen wir noch rausbringen. Ja, wir sind eigentlich ganz gut dabei, ne? Also, er ist ein Schulden. Oh mein Gott. Da verschuldet der Typ. Naja. So sieht das Haus auch aus. Das ist, ähm... So... Verdammt, Mann! Oh, nein. Wer kriegt sie sich unterm Tisch? Ich sollte garantiert nicht lesen. Naja, wir müssen erst noch weiter aufräumen. Das geht so nicht. Er ist ein Kiffer, super, zieht sich da irgendwelche Drogen rein? Ne, mit dem will ich jetzt noch nichts zu tun haben. Oh, was ist das? Einschalten, Staubsauger, okay. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Lass die doch damit spielen. Ständig nervt sie. Das ist ein Kind. Ja, warum hast du es denn dann? Warum nicht deine Frau? Häng die Wäsche ab, okay. Okay. Alter Schwede. Hm. Hm. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Hm. Hast du heute keine Schule? Schwierig, aber macht keinen guten Eindruck. Das war's. Das war's. Okay, was ist das denn? Red Eye ist eine Droge. Scheiß Junkie. Scheiß verfickter Junkie. So, wir haben jetzt hier unten alles erledigt. Fick dich ey, ich drehe dir gleich den Hals um. Warum dröhnst du dich mit Drogen zu? Das macht es nicht besser. Warte mal, was standen da noch? Ein optionale Sachen. Putz das Badezimmer. Also fangen wir erstmal mit dem Badezimmer an. Aber sollen wir uns nicht auch um die Kleine kümmern? Hm. Hm. Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Hm. 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 Das wird langsam besser. So. Ja. Aber sehr, sehr cool gemacht. Muss ich wirklich sagen. So. Aber nun denn. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.